Hallo, setzen wir ein. Da, aber, noch, immer, deshalb, weder. Ich sehe dich, aber du siehst mich nicht. Du nervst mich, deshalb spreche ich nicht mehr mit dir. Da. Wir immer streiten. Da wir immer streiten, will ich weder etwas hören, noch will ich dir schreiben. Und noch einmal. Ich sehe dich, aber du siehst mich nicht. Du nervst mich. Deshalb spreche ich nicht mehr mit dir. Da wir immer streiten, will ich weder etwas hören, noch will ich dir schreiben. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann. Ciao. Ciao. 과 Untertitelung des ZDF, 2020